Der gebürtige Slowene soll am 16. Juni bei einem Neffen Doskozils angerufen und gedroht haben, er werde den Landeschef sowie seine gesamte Familie umbringen. Der Landeshauptmann, der früher selbst Polizeichef war, meldet den Vorfall sofort. Aufgrund einer Rufdatenerfassung kann der 52-Jährige als mutmaßlicher Täter ausgeforscht werden. Am 19. Juni wird der Mann an seinem Wohnort in der Oststeiermark bei einem Cobra-Einsatz festgenommen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen gebürtigen Slowenen, der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Das Motiv für seine Tat ist unklar. Der Prozess ist für einen Tag anberaumt.